Grüßt euch So, dann werden wir mal wieder in eine neue Aufnahmesession beginnen Unser Freund ist auch gleich wieder gekommen Wo ist Spiel starten und Acco Meine neue Shooter Ist der Shooter viel zu schnell Jetzt wird es nun wieder zurück Sechsen Jetzt wird es nun wieder zurück Sechsen So Schon besser Ich um jedes Mal zurück Ne gut So So Warum das? Aha Jetzt können wir wieder neben unser Zeug Wollen wir auch schon mal aneinander Jetzt müssen wir uns erstmal unseren Freunde suchen Mal sehen Wo der ist So Was ist denn da hinten? Ist das wohl immer Goldig? Ja Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ich bin wieder zurück Und Was ist das denn? Wie ist das denn? oh wie der mich nirft einmal wirft er ordentlich dann wirft er wieder scheiße da schmeißt sie die ganzen löse gehen wo ist denn der jetzt hin hey mensch ist der anstrengend, wo ist denn der jetzt wieder, wo ist denn der wo die Punkte jetzt, ist der jetzt drin nicht Der nervt, aber sowas von. Ich habe hier vielleicht ein bisschen was zu tun. Mensch! Mensch! Weil du vor allem nicht siehst, wenn du den Sack schmeißen willst. Und dass es kein Rennen gibt, das ist das Schlimmste drin. Es geht, dass du den scheiß Kaffee trinken musst erst. Das ist genau so was nervisch ist. Ist der jetzt hier runter oder wo ist denn der jetzt hin? Jetzt kannst du lieber weg, du Vollfosten. Ich weiß nicht, wie der ganze Müll herkommt. Das muss ich erst mal sauber machen. Jetzt ab! Bevor die alte könnte! Ich habe jetzt hier noch sechs Müllse geliehen. Schlimm. 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 im ganzen februar ist nicht also bis jetzt bis zum heutigen tag und die zu machen ist der 26 februar bis heute ist kein update mehr wieder ich weiß nicht was hier los ist er überhaupt noch irgendwas macht oder ob es aufgegeben hat ich weiß es nicht gar nichts keine patches gar nichts ist gekommen das letzte war wenn ich mich richter einmal war 24 januar glücklich seit einem monat ist ja nichts mehr passiert an dem spiel und das nervt ein bisschen hier haben wir sogar noch flaschen und das ist ein bisschen nervig wenn hier wenigstens nur was passieren wird haben wir wieder und wenn ich zwischendurch immer mal was abpacken würde sagen würde ok das hat er fertig das ist fertig das ist fertig und er will vielleicht erst das jetzt davon bringen wenn die ganzen blöcke fertig sind und kann ja sein dass er erst dann das update bringen wird wenn das alles durch ist wenn er wenigstens mir bescheid wissen die einzelnen abhaken das ist aber erledigt das ist erledigt ich weiß gar nicht wie man sagt wie man das gesehen eigentlich hier ist noch nichts man könnte ja wenigstens mal hier abhaken also schon erledigt statt und das nie so wie es jetzt aussieht macht er gar nichts an dem spiel zurzeit also die ich weiß nicht ob es immer oder mehr oder sind ich denke mal wenn das hier alles abgearbeitet ist bringt kommt das update hat er jetzt schon was davon gemacht oder hat er davon noch nichts gemacht das finde ich ein bisschen schau dir dass man keine info kriegt ob irgendwas wenn man nicht es gibt nicht es gibt nicht in 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 Das ist nicht sowas. Es ist jetzt weg. Ah, jetzt. Was sind denn jetzt die zwei Müllsäcke noch? Jetzt muss ja nur zwei Müllsäcke rumliegen. Ich kann ja nicht so rüber. Schau, die warten nicht mehr. Oh. Schau. Hier lag Geld rum. Das habe ich schon durchschnitt. Das habe ich gar nicht gesehen. Da sind sowas anders. Aber besser wie nichts. Sehen wir jetzt die anderen Müllsäcke. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Ja. Oh. 425. Okay. Das ist schon mal die bessere Summe gewesen. Anstatt die 125. Die weiß ich gar nicht mehr. Aber eine 100m. Das ist nicht so gut. Ich will mal die Hörstern noch gearbeitet. Vielleicht noch mehr. Wenn das Geld rumliegt. Aber da sind noch nicht die anderen zwei Müllsäcke. Schau nicht. Oh, machst du eigentlich nicht? Hier fehlen zwei Sekunden. Hier fehlen zwei Sekunden. Hier fehlen zwei Sekunden. Hier ist der Ende. Hier ist der Ende. Hier ist der Ende. Hier ist der Ende. Der ist weg. Hä? Wo sind jetzt meine ganzen Mitarbeiter hin? Sieben, eine schöne Arbeitszeige? Und zwei Staffel? Das willst du nicht, oder? Ach, hier liegen die zwei Mühe-Säcke. Die stehen alle hier rum. Ich glaube, die wollen erst mal Geld haben. Hier ist der Ende. Jetzt ist dir vielleicht mal wieder Lust, was zu machen, Kollege. Hier ist der Ende. Wer bist denn du? Getreidungige Einfallstütze. Okay. Will nie. Die läuft ja nicht, deswegen beleuchtet auch. Die haben da sogar auch hingelogen. So. Wir haben uns mal wieder aufgeräumt. Ein Dreckfleck ist nur irgendwer. Oh, immer. Jetzt ist hier was drunter irgendwie. Oh, ne? Jetzt kannst du mir sagen, wo der eine Dreckfleck ist. Ich sehe hier nichts. Dann ist die Fransen noch mal ein kleiner. Nein. Dann halt nicht. Gut. So. Wir werden jetzt die Maschine hier mal anmachen. Ach, jetzt kommt er. So. Ich werde mal meinen Rückwagen holen. So. So. Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja. Hier ist der Schnell. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, dass ich mich hier rauskomme. Ich werde mich hier rauskennen. Warten wir das jetzt hier. Ein- und aussteigen. Ein- und aussteigen. Ein- und aussteigen. Ein- und aussteigen. Das ist eine umgekehrte überlenkung. Und, oder? Ja. Wenn ich nach rechts lenke, lenkt er nach links. Das wieder. Realistik. So gleich realistik. Unterös. Nein. Könntest du mir sagen, wie ich hier nochmal rauskomme? Komm ich hier nochmal raus? Hä? Ich komme hier nicht mehr raus aus dem Hubwagen. Oh, wieso komme ich jetzt hier nicht mehr raus aus dem Hubwagen? Oh, wieso komme ich jetzt hier nicht mehr raus aus dem Hubwagen? Nein. Oh, eh. Okay. Könnte man sich ja nicht irgendwie zurücksetzen? Hilfe. Okay. 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 Ja, warte, warte. Oh, Bünder! Ja, super! Jetzt kann ich mich zurücksetzen. Ey! Das ist doch nicht wahr! Meine Güte! Wie komm ich denn aus dem Hut weg nicht mehr raus? Was sind das schon wieder? Meine Güte! Wo sind die Palette jetzt hin? Jetzt sind die Palette weg! Wo sind die Palette jetzt? Die liegt bestimmt wieder unten drunter! Ach, hier liegen sogar mehrere hinten drunter! Ja! 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 Diese Spiele würden sie nervt. Die Spiele sind die Spiele und die Spiele sind die Spiele. Das war's für heute. ich probiere es jetzt noch mal mit dem rückwaffen ach jetzt steht es immer irgendwo da dann nehme ich eben gerade nicht da meine Güte so 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 Es ist immer die Säge hier. 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 Und das ist immer die Säge hier. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich glaube, ich bin so gut. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin schon auf dem Weg. Gut. Ich bin schon auf dem Weg. 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 Ich bin schon auf dem Weg.